Ich lerne Deutsch. Nummer 2736 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe es geschafft. Diesen Sieg kann mir keiner mehr nehmen. Er gehört mir. Ich habe es geschafft. Diesen Sieg kann mir keiner mehr nehmen. Er gehört mir. Ich habe es geschafft. Diesen Sieg kann mir keiner mehr nehmen. Er gehört mir. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe alles vorbereitet. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich zu langsam bin. Darf ich dir mein Herz schenken? Ich glaube, jetzt ist die beste Zeit, dich zu fragen. Wegen meiner Verletzung am Handgelenk fällt mir das Schreiben manchmal schwer. Wegen meiner Verletzung am Handgelenk fällt mir das Schreiben manchmal schwer. Mama ist Friseurmeisterin. Sie stylt meine Haare immer ganz besonders. Mama ist Friseurmeisterin. Sie stylt meine Haare immer ganz besonders. Es war ein faires Spiel. Es gab weder gelbe noch rote Karten. Möchtest du etwas essen? Möchtest du etwas essen? Wie wäre es mit einem Stück Erdbeerkuchen? Für heute ist genug Brennholz da. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Bestellungen aus dem Online-Shop nehme ich telefonisch von einem Kollegen entgegen. Bestellungen aus dem Online-Shop nehme ich telefonisch von einem Kollegen entgegen. Das heutige Mittagessen ist Hähnchenbrust mit Kapern, Zwiebelringen und Zitronenschale. Das heutige Mittagessen ist Hähnchenbrust mit Kapern, Zwiebelringen und Zitronenschale. Das heutige Mittagessen ist Hähnchenbrust mit Kapern, Zwiebelringen und Zitronenschale. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, günstig einzukaufen. Ich konnte nicht widerstehen. Man muss die Augen weit öffnen, um alle Möglichkeiten zu sehen. Man muss die Augen weit öffnen, um alle Möglichkeiten zu sehen. Man muss die Augen weit öffnen, um alle Möglichkeiten zu sehen. Ihr habt drei Minuten für das Gespräch. Ihr habt drei Minuten für das Gespräch. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, dass ich ab jetzt einen Gehstock benutzen muss. Ich kann nicht glauben, was Sie mir da erzählen. Ist das wirklich wahr? Ich kann nicht glauben, was Sie mir da erzählen. Ist das wirklich wahr? Ich kann nicht glauben, was Sie mir da erzählen. Ist das wirklich wahr? Es ist Montag und ich warte in der Cafeteria, aber der Kollege ist nicht gekommen. Es ist Montag und ich warte in der Cafeteria, aber der Kollege ist nicht gekommen. Lars ist müde. Er kann dem Unterricht nicht mehr folgen. Lars ist müde. Er kann dem Unterricht nicht mehr folgen. Lars ist müde. Er kann dem Unterricht nicht mehr folgen. Da meine Tochter rosa Steckdosen in ihrem Zimmer hat, hat mein Sohn jetzt blaue gekauft. Seit ich meine Zähne regelmäßig putze, sind sie viel weißer und gesünder. Seit ich meine Zähne regelmäßig putze, sind sie viel weißer und gesünder. Kann ich irgendetwas für dich tun? Brauchst du Hilfe? Kann ich irgendetwas für dich tun? Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich mache heute einfach mal eine längere Pause und gehe erst später zum Joggen. Ich glaube, ich mache heute einfach mal eine längere Pause und gehe erst später zum Joggen. Ich halte das Baby in meinen Armen. Es ist eingeschlafen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Okay. Vielen Dank.